Herzlich willkommen ihr Kniften zu einer neuen Runde Dirt 3 bzw. Impuls fährt und wir spielen jetzt Landrush mit Trucks. Und wir starten. Was? Breit. Freit. Mit dabei wie immer der Hillbilly, der Juni und der Witze. Wie immer, wie immer der Hillbilly. Wie immer der Hillbilly. Aber der Juni ist der geilste Typ von allen. Ich habe mir kein Auto ausgegeben, ich flippe aus. Es gibt doch nur eins, es gibt einen Truck. Andere Lackierungen. Ich check's nicht. Es gibt nur einen Truck. Meine Mutter hat mich direkt geschlagen, was soll ich machen? Ruf beim Jugendamt an. Stumm, dum. Oh, ich fände Domi an. Domi an? Ich fände da die Nummer von Domi. Domi an? Ja. Wollen wir da auch mal so eine Action machen? Domi an? Domi an hat doch aufgehört. Den gibt es doch nicht mehr. Echt jetzt? So eine Scheiße, Alter. So, habe ich meine Dings wieder? Ach, ist mir auch egal. Ich habe gedacht, wir können da auch mal anrufen. Ich schlag dich, du schreist ein bisschen. Mal gucken, was dann passiert. Mal die Pullen vorbeischickt. Auf geht's, Kinders. Truck fahren. Los. Heli, Bus bauen. Wollen wir schon. Wollen wir schon eine Linie? Aha. Fahrerhilfe. Alter. Alter. Hüpfen die. Alter. Wer dreht mich denn da? Ja. Alter. Das Wasser bremst dich aber sowas von runter. Ja. Ja. Alex, du musst im Wasser stehen bleiben, sodass du geputzt wirst. Dafür ist es da. Ach so, okay. Mal hier in der nächsten Runde, okay? Okay, danke. Wer hat gesagt, dass du driften hast? Hier musst du ja die ganze Zeit nur. Ich hasse driften. Oh nein. Ich stehe der quer in der Kurve. Ihr seid dringend. Ohne Scheiß. Ich stehe der quer in der Kurve drin. Ich werde hier nur gefistet, Alter. Es geht gar nicht. Oh Gott! Bis die Karre mal einlenkt! Oh Gott, ich glaub, ich hab mir in die Hose geschissen. Oh. Ne, war doch nur ein Forz. Alles gut. Oh Gott, ich glaub, ich hab mir in die Hose geschissen. Warum hast du schnell nachgeguckt? Ja, der Salamander guckt schon. Juni, ich bin im Wasser stehen geblieben. Und? Ja, ist sauber. Okay. Oh! Alter, da hat man echt das Gefühl, man überschlägt sich gleich. Oh, jetzt, jetzt, jetzt hab ich's verkackt. Da ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Hat sich einer verletzt worden? Oh! Nein! Oh! Nein! Ich hab noch nicht mal Gegner, ne? Aber trotzdem mach ich hier nur Scheiße. Virus hast den Truck niedriger gesetzt. Ne, noch höher. Echt? Nein. Alter, ich bleib hier eine Millisekunde hinter dir. Ah, da ist Alex, ja. Ich komm hier ein Millimeter ran. Ne, ich komm an Billy auch ne Mal ran. Von der Zeit, ja. Ja. Ja, jetzt hast du ne Sekunde aufgeholt, weil ich so scheiße bin. Alter, man darf in der Kurve einfach kein Vollgas geben, dann ist das total super da durchzufahren. Ja. Ja. Ach, das hab ich die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt in der letzten Runde hab ich's gecheckt. Hilly! Hast du's, hast du's den beiden Noobs mal gezeigt, Hilly, oder was? Er hat's uns gezeigt. Erst hat er mich schön rausgedrückt. Dann hat er mich hier rausgedrückt. Dann hat er mich gut rausgedrückt. Dann hat er mich gut rausgedrückt. Und dann hat's für mich netzter, Alter. Wo ist denn Schleswig, wenn er ihn braucht? Mein Gott, ey. Schöne Grüße wieder an... Ja, genau. Er ist wieder auf meiner Mutter. Ich ruf mal meine Mutter an, okay? Soll ich Lautsprecher machen? Ich möchte die nicht mal mit auf uns nehmen. Ja, ruf mal einen, komm. Soll ich mal Mutter anrufen? Ja, ruf mal. Ja, warte. Aber nicht im Rennen. Oh, es ist Schnee. Das ist mein Ding, Alter. Ich hab schon keinen Bock mehr. Ich will nach Hause gehen. Ey, Billy. Fack mal aus. Nicht links oder rechts, bitte. Tiefer legen. Wenn ich vorbei bin. Virus, du musst den ganz tief legen. Hab ich, ja. Hab ich. Wo ist, wo ist Billy? Ja klar, hinter mir. Aha. Virus, benimm dich. Boah, treibt das einen raus hier. Uh. Oh nein. Oh nein. Eli, hast du das gesehen? Alter, Billy! Verpiss dich. Der hat mich wie der Virus gerammt. Störst selber von meinem Body ab. Was? Klar hast du mich gerammt. Klar hast du mich gerammt, du bist von mir abgeprallt und rast in den Juni rein. Du kranke Schwein. Juni wieder auf Platz 1, würde weggerammt, weil sie nicht vorbeikommen ist. Das ist normal. Ja, das macht der Virus. Weil sie nichts können. Ja, das macht der Virus. Wir wollen doch in WhatsApp hier schön schreiben, gell. Ich war nur noch mit Juni. Alles. Hä? Du hast vorne ja ein Rad verloren, rechts vorne. Brauch ich auch nicht. Das war der Helmi. Oh Gott! Was soll denn das? Ja toll, was soll ich denn jetzt machen? Ihr dämlichen Fotzen. Das geschieht dir recht. Erzähl dir doch nix ey. Hilbili hat mich gerammt. Es geschieht dir recht. Ey, als ob das meine Schuld ist. Weißt du, der Heli da vorne lacht sich ins Häuschen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alter, ich war doch live dabei, erzähl doch nix. Du Schwanzlutscher. Ja. Du bist froh, ich drück dich wenigstens nicht raus. Ich hätte dich rausdrücken können. Ey, das war der Alex. Ich bin doch aufgefahren, ja. Das war der Virus. Ich hab ein Videobeweis. Das Video will ich sehen ey. Du musst dann einfach gucken, Impuls fährt, Truck Edition. Hallo, Truck Simulator. Ja, genau, Truck Simulator 2016. Alter, wie ich mich schon auf meinen Fernreisebus freue, ne. Oh, wenn das Spiel rauskommt ey, ich bin nur am fahren. Von Hannover nach München. Kommt das wirklich raus? Ja, Mann. Mein Fernreisebus Simulator, ich bin so dabei. Ein Stilz. Ja, Mann. Flixbus und so. Ja, Flixbus Simulator. Ja, 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 Mann. Dann hol ich Juni für 1 Euro aus München ab. 1,50 Steuern. Da muss da mit Megabus fahren. Ja, ja, aber Bearbeitungsgebühr ist noch bei Juni. Ah, 50 Cent auch. Ja, 50 Cent, ja. Ah, meine Nase. Ey, es macht doch überhaupt keinen Sinn hier grad zu fahren. Macht euch mal die Räder kaputt. Ist doch scheiße. Danke, Hilli, ne. Ja, ja, ich bin zusammen. Danke. Du hast mir den Reifen zerfickt. Ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt, als Virus sagt, ey, du hast den Reifen verloren. Ja, man kann sich, wenn man hinter Billy ist, ne. Entweder man überholt ihn, riskiert, dass man nicht mehr Platz 2 ist. Und dann ist er mit Platz 2 zufrieden. Aber mit Platz 1 kann man sich abfinden. Abfinden, ja, ja, ne. Ihr wisst was immer. Den kann man sich abschminken. Ja, kann man abschminken, genau. Guck mal, wie fair ich bin, wie ich ihn überhole. Seht ihr das von ihm? Ich seh gar nicht. Aber der ist schön, der knischelt und drückt, der Hure zu uns. Er ist nicht dabei, der Typ. Er ist nicht dabei, der Typ. Aber, ey, wir holen auch mit ein. Okay, jetzt ja, weil er gegen Watt gefahren ist. Okay, dafür, dass ich mit nur 3 Reifen fahre, finde ich mich eigentlich ganz geil. Aber er zieht auch von nach links. Ah. Ah. Ah, Billy, hab ich dich auf der Zielgeraden, weißt du, ich hab das schön tackt. Ich hab mir gedacht, wenn ich nur noch ein paar Sekunden hab, dann kannst du mich auch nicht mehr wegnehmen. Ja, ich wollte gerade raussetzen. Ja. Ich hab das schon gesehen, wie du rübergedrückt hast, wo ich da reingehe. Ich hab's Funken sehen hinten am Blech, ja. Er hat gleich rübergezogen, wie Drecks, doch. Ja, du. Ah. Wo steht denn das, dass jemand vorbeilassen muss? Ich will nicht mehr neben dem Hilli starten. Nee, das steht nirgendwo, aber ja. Wie ich gesagt habe, wenn der Hilli Billy vor dir ist und du willst vorbeifahren, ne? Entweder du behältst lieber Platz 2 und findest damit ab, dass du nicht Platz 1 willst. Weil danach bist du nur noch Platz 4. Und der auf Platz 3 freut sich, dass du ihn überholt hast, weil er ist dann Platz 1, ne? Jetzt rätseln wir alle, was meint er? Nee, ich versteh dich. Weil der Billy dich nicht auf Platz 1 lässt und dich eher kaputt macht. Und dann darfst du nur noch hinterher fahren. Ja, ne? Er ist kleiner, er ist ein Wichser. Ja, Huan. Und er ist neben dir. Nein, Huan ist er nicht. Schließ, deswegen ist er Huan. 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 Huan? Wasser! Ah! Oh ah! Oh! Oh ah ah ah! Oh ah ah! Hey, Willi, Alter! Ich sag's dir! Ich sag's dir! Häh? Die Strecke hatten wir doch schon oder ist sie jetzt anders? Im Hellen ist sie jetzt, im Hellen. Alex, schleuner mal nicht so viel! Junie, hast du mich grad geschützt? Nein, hab ich nicht! Doch, ich hab's doch Video! Ich bin links rechts gefahren mit deinem Heck! Ich hab dich nicht mal angerinnt, Junge. Doch, du hast mich berührt! Ja, cool. Die ist kürzer. Oh, 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 oh. Da war die. Taucht der Eise. Oh, ich muss an den Juni rankommen. Oh, hier muss irgendwie ein Billy vorbei. Ja, das Problem kennen wir. Alter, das gibt es doch gar nicht, Juni. Keine Millisekunde mache ich hier. Jetzt lass mich vorbei, du Sau. Nein. So, ist weg. Wir haben ihn los. Alter, Juni, wie ich dir am Arsch hing. Ja, aber da ist kein vorbeigekommen. Nee, überhaupt nicht. Das war geil. Oh, das gibt es ja nicht zum Ziel. Nee, das war schon nicht so weit. Ja. Ja, gut, jetzt hat er mir die fünf Punkte weniger gemacht, als ich. Jetzt habe ich den erst mal abgehangen. So fühle ich mich immer. Da fühlst du dich ja ganz lavish jetzt auch, weil die Konger sei, der kann. Virus ist letzter. Ey, aber Virus hat das Spiel ja auch schon einige Jahre gespielt. Na ja. Ich dachte, es ist aber ganz schön letzter, gell? Nee, wie hat er es vorhin genannt? Ich habe es ja auch schon ordentlich gespielt. Nee, was hast du gesagt? Das war so peinlich, ey. Nee! Nur der Hilly darf nicht bei mir sein. Ja. Virus zu Pfeifen. Wo ist die Hupe? Oh, nein. Ich glaube auf RS, also auf den rechten Stick, reindrücken. Nee. Linker. Doch, rechter. Warte, ich mache es euch leicht, wenn ich hinkomme. Dann rieb. Da habe ich mir überlegt, ziehe ich vorbei oder nicht in den ersten Kuh? Ziehe ich nicht vorbei. Oh Gott, der hat mich schon gebumst. Aber ey! Boah ey, Virus du kleiner Wichser, das war Hügel, Alter. Du hast dich ja weggedrückt, das gibt's ja gar nicht. Virus, hör doch auf Gas zu geben, Alter. Ich kann sonst nicht lenken. Auf Gas zu geben, jetzt rückwärts. Sorry, ich konnte nichts machen, weil du reingefahren bist. Ich konnte mich gegenlenken. Oh, scheiße, die sind hinter mir. Ich muss, ich muss alles vernebeln. Aber mir reicht der Platz, ich gewinne trotzdem. Oh, ja. Oh, ja, klar. Stell dich halt quer, du Penner. Oh, Alter. Was muss ich denn machen? Alter, ich halte ihn auf, wenn ich hinkomme. Okay, herzlichen Glückwunsch, Alex. Man sollte sich nicht mit Billy halten. Ja, scheiße, mal auf. Nee, mit Billy darf man sich nicht halten. Nein! Oh, der nächste roten Plattenhoch noch, ey. Oh, Alter. Mein Kacke fährt kaum noch. Ja. Ja, jetzt weißt du was, wie es mir hier vorhin ging. Ey, Alter Schwede hängt die Karre schief. Oh, wie ist es tut mir voll leid. Oh, ich fahr nie wieder mit in Billy. Oh, Gott sei Dank. Ja, komm, bauch scheiße, du. Erste, der Drecksau. Oh, Alter. So, eine Drecksau. Aber Juni, hast du nicht gesagt, der zweite Platz reicht? Ja, der zweite würde mir reichen, ja. Achso. Aber ich bin ja nur vierter. Weißt du, es ist einfach sinnlos. Ich wollte mich nicht mit ihm anlegen. Es ist ja auch nur der Zwischenstand. Es gibt noch ein Rennen, glaube ich. Sonst würde er da ja nicht Zwischenstand sein. Ja, der hätte nicht mit Dritter reiten müssen oder so. Der Virus habe ich nur mal geschickt. Nur mal. Hey, aber wie, ey. Vor allen Dingen, das feiern nicht mal ein richtiger Kampf. Er war vor mir. Er hat die Kurve aber so leicht hässlich bekommen. Ich habe sie richtig gut bekommen. Und er dreht sich in der Kurve und drückt mich weg. Er ist so unglücklich. Ja, da kommt der nicht zufüher. Und da kommt der Virus von hinten und fährt frontal in mich rein. Letzte Runde. Also, wo ist denn bitte? Ich schalte ihn aus. Ich glaube, es gibt nur... Nein, Alex musst du ausschalten. Es gibt nur zwei Rennen irgendwie. Oh, Juni, fahr vorbei. Du blöde Sau. Oh. Da ist er. Dann fetzt er vorbei. Ja. Ja. Juni, geht Gubi. Der hat sich gedreht. Ihr seid solche Fotzen, Kinder. Ja schon. Wieder im Team die Akkierung. Oh, wo fahr ich denn hier lang? Ich hasse euch. Das ist so eine Strecke. Ha, ha, ha. Mann. Oh, oh, was macht der denn? Oh, oh, was macht der denn? Bei uns kommt keiner mehr vorbei. Werde nicht, opfer mich. Ich hasse euch. Helbilly, Helbilly, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ja, ich bin auf Platz vier. Das weiß aber, wie der Juni sich fühlt. Guck mal, der Helbilly lacht noch nicht mal mehr. Der kriegt gar keine Luft mehr. Ich hoffe, du verreckst. Ich hab doch nicht einmal was gemacht. Nein, du hast mich jetzt. Ja, gemeinsam. Oh, ihr seid ja asozial. Alter. Aber Virus wird dieser rauskann, das hat. Oh, Juni, Gubi. Ach, mir fehlt ein Reifen oder irgendwas. Ach, ich hab mich kaputt gemacht. Ach, es war alles scheiße. Ich bin sieben Sekunden hinter euch. Ist alles okay, lasst euch Zeit. Fahr gegen die Fahrbahn. Der Juni fährt gemütlich. Fahr dagegen, dagegen, dagegen. Sechs Sekunden, 8,55. Klar. Der Biddy ist auch nicht mehr in Sicht. Auch gut. Die Strecke andersrum war geiler. Oh, das soll ich scheiße sein und mir den Sieg holen? Oh, das geht nicht. Wir haben ja schon down und wir den Sieg fahren. Weißt du, er sagt das jetzt nur, dass er nicht scheiße ist, weil er kommt sowieso nicht an dich ran. Ja, doch, ich glaub schon, dass wir... Oh, ich hab nochmal 200 still gut gemacht hierhin. Ich komm immer gut ran an ihn. Ja, dann zeig mal, wie ihr Russatzen drauf hast. Nein, ich lass ihn vorne. Du bist so ein Schatz. Sonst bauen wir nur scheiße und dann holt uns das an der Biddy. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Oh, Alter, fällt um, Alter, fällt um. Umgefallen. Oh, Virus. Oh, da ist der. Oh, da bin ich. Man, er ist tatsächlich in der Kurve umgekippt, ey. Hast du ihn wieder höher gelegt? Nee, schon was. Äh, Ombab hat es triftet. Naja, bin ich der Biddy. Ja, ja, fickt euch. Oh, wir haben dann das Ziel kommen. Oh, wir haben dann das Ziel kommen. Zehn Sekunden, Alter. Da verarbeite ich dir nicht zu zweit. Zehn Sekunden. Weißt du, der zweite Platz ist okay, Virus. Aber weißt du, du auf dem vierten, ne? Du bist so ein asoziales Stück Scheiße. Du bist so kacke. Du, 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 du darfst nie wieder bei meiner Mama schlafen. Okay. Das kannst du mal jetzt. Und mit seiner Mama. Ja, und mit Mama auch nicht mehr. So, meine lieben Freunde, wenn ihr weiter wissen wollt, wie der Virus mit meiner Mutter schläft, dann guckt doch das nächste Video von, äh, Impuls Pferd. Also haut rein und live streamen. Und bis Ende. Ciao, ciao. 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 Ciao.